Ich bin ein Hüpf-Hase. Hüpf, hüpf, hüpf. Und ich eine summende Biene. Komm, Robby, lass uns Süßigkeiten sammeln. Was ist das für ein Geräusch, Toto? Es ist gruselig. Keine Sorge, Robby. An Halloween gibt es immer gruselige Geräusche. Es ist Teil des Spaßes. Komm mit. Ja, heute ist Halloween, der Kürbis lacht uns an. Ich will Süßigkeiten, das bringt den Spaß voran. Schon okay, wenn du dich ein wenig gruselst. Denn heute ist Halloween, mach mit, weil Spaß und Spiel. Süßes, sonst gibt es auch es. Hüpf, hüpf, hüpf. 'rest du dich? Huh? Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Monster, Drachen und Höchsen. Schau dich um. Es ist Halloween. Ich liebe Halloween. Ich auch.